Vor einer Woche habe ich einen Besuch zusammen mit meiner Frau in der schönen Stadt Berlin gehabt. Ich hatte zu Weihnachten eine Kurzreise geschenkt bekommen. Wir waren abends in einem Konzert und am Samstagmorgen vor zwei Wochen sind wir dann in das Staatsmuseum gegangen zu der großen Luther-Ausstellung 500 Jahre Reformation. Aus ganz Deutschland wurden Dokumente zusammengetragen, um für diese besondere Ausstellung die Besucher mit hineinzunehmen in diese alten Texte und die Botschaften, die damals versucht haben, die Reformatoren voran allen geführt durch Martin Luther einzuleiten, eine neue Bewegung, eine Veränderung in der Gesellschaft, eine Veränderung in der Kirchenlandschaft und eine tatsächlich dann später auch Abspaltung von der großen katholischen Kirche, von dem Mutterschiff. In dem Menschen aufgestanden sind vor 500 Jahren und geschrieben haben und gepredigt haben und übersetzt haben und versucht haben, hier in Deutschland etwas loszutreten. Und eines der Schriften, von denen ich die Möglichkeit hatte, vor zwei Wochen mir sie als Originaldokument anzuschauen, ist das Dokument, das Martin Luther 1520 geschrieben hat, von der Freiheit eines Christenmenschen. 1520 hat Martin Luther ein Dokument in 30 Thesen, nicht die 95 Thesen, sondern die 30 Thesen aufgeschrieben, als eine Antwort auf die Bannbulle des Papstes. Wisst ihr, was eine Bannbulle ist? Bannbulle ist ein gutes deutsches Wort aus der Reformationszeit. Ein Wort, das beschreibt, dass der Papst damals nicht glücklich war mit Martin Luther und ein Dekret erlassen hat, eine Bulle erlassen hat, in der er festgelegt hat, dass Martin Luther exkommuniziert ausgestoßen wird, raussortiert wird aus der Kirche. Weil dem Papst unten in Rom hat es nicht gefallen, dass hier oben in Deutschland es rumpelt und pumpelt und dass hier einige aufstehen und anfangen, Dinge zu verbreiten, von denen der Papst dachte, das habe ich doch viel besser im Griff durch meine Priester und durch die Bischöfe und durch die gute, heilige Ordnung, für die damals die Kirche stand. Die Kirche war damals ja nicht nur irgendwie so eine Randerscheinung der Gesellschaft, sondern die Kirche damals war im Grunde die Ordnung des Landes. Die Kirche ordnete, der Papst ordnete durch seine Amtswürdenträger, ordnete, was in dem Land passierte. Und Martin Luther empfand diese Ordnung zusammen mit vielen, vielen anderen hier aus unserem Land nicht als etwas, was die Menschen frei machte, sondern eher einsperrte. Ja, da gab es viel, was irgendwie gut war, was mit reingegeben war ins Volk. Da gab es eine Volksfrömmigkeit, ein Volksglauben, der nicht überall schlecht war. Und Martin Luther wäre auch der Letzte gewesen, der sich das so vorgestellt hatte mit einer Spaltung von der Kirche. Aber es war nicht im Kern das, was er verstand, als er das Neue Testament aufschlug und anfing darin zu lesen und zu studieren. Davon, dass Gott im Kern möchte, dass Menschen frei sind. Dass Menschen durch auch ihren Glauben an Gott eine Freiheit, eine Weite erfahren und nicht irgendwie eingesperrt sind in der Kirche oder im Glauben oder durch ein Gottesbild, das sie eher in Angst und Schrecken versetzt als in Freiheit. Und dieses Dokument von der Freiheit eines Christenmenschen zementiert als Kernstück der Reformation, dass Martin Luther gesagt hat, zur Freiheit sind wir befreit mit Paulus. Zur Freiheit sind wir befreit. Es gibt diesen einen Satz und vielleicht habt ihr den schon mal gehört, wenn ihr im Religions- oder im Geschichtsunterricht aufgepasst habt, aus diesen 30 Thesen dieses Schreibens von Martin Luther. Da heißt es, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Es gibt nichts und niemanden, der einen einsperren kann als Mensch, als Christenmensch. Wir sind frei. Wir sind frei geboren. Wir sind zur Freiheit berufen. Das zementiert Martin Luther. Und im nächsten Satz spricht er aber von der Verantwortung, die aus dieser Freiheit heraus erwächst. Und zwar sagt er, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. So, die Freiheit, die Martin Luther damals schon versucht hat zu proklamieren, war nicht einfach happy, klappy, jetzt dürfen wir alle machen, was wir wollen, sondern eine Freiheit, die im Grunde eine Berufung hinein ist, auch in Verantwortung. Verantwortung wahrzunehmen für sich selber, für seinen eigenen Körper, für seine Familie, für seine Ehefrau, für seinen Ehemann, für seine Kinder, für die Gesellschaft. Wir sind befreit, um zu helfen, dass andere auch frei sind. Und zu helfen zum Beispiel auch, dass die Menschen, die nicht frei sind, endlich frei werden. Ich habe vor zwei Wochen erzählt davon, wie ich als Teenager zum ersten Mal diese Freiheit erlebt habe. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, da war das für mich, weil ich nicht aus dem Elternhaus kam, wo wir die Bibel lesen mussten, war das nicht so, jetzt musst du mal die Bibel lesen, sondern für mich war das irgendwie aus freien Stücken, habe ich angefangen mal reinzuschauen in dieses Buch, weil es da ein paar Schüler gab, aus den älteren Jahrgangsstufen, die gesagt haben, hör mal, die Bibel ist cool, die ist cool und die kann man lesen, die kann man studieren. Und dann saß ich nachmittags da und habe angefangen, die Bibel zu lesen und das letzte Gefühl, was ich hatte, war Unfreiheit. Sondern vor allen Dingen, wenn ich es irgendwie in einem Gefühl beschreiben musste, was ich angefangen habe, selbst zu lesen und zu studieren, schon als 13-jähriger Bub, war, dass ich gefühlt habe, durch das, was da kommuniziert wird, und damals wusste ich nicht genau, wie viel hat das mit Gott zu tun und ist Gott da irgendwie mit drin und hat Gott das inspiriert, oder ich kannte noch nicht die verschiedenen Beschreibungen darüber, was die Bibel so alles ist, aber ich weiß, ich habe es gelesen und andere haben angefangen, es mir zu erklären und ich habe Freiheit verspürt. Wenn ich ein Bild machen müsste, dann würde ich, kennt ihr das Titanic-Bild? Am Bug des Schiffes, oder ist das Heck? Bug, nee, Bug, Bug, ganz vorne. Bug des Schiffes, Freiheit. Freiheit ist das Einzige, was zählt, hat ein großer deutscher Theologe gesagt und besungen. Freiheit. Und ich bin schockiert darüber, dass ich so in den letzten, ich weiß nicht, 20 Jahren, über 20 Jahre, in der ich Christ bin, so viele Christen getroffen habe und treffe, für die ihr Glaube nicht freimachend ist. Sondern teilweise, weil sie eben aus einem frommen Elternhaushalt herauskommen, sie irgendwie eher so Dinge gepredigt und gelehrt und weitergegeben bekommen haben, davon, dass der Glaube heißt, du musst dies und jenes tun. Der Glaube heißt, du musst ein ordentlicher Mensch sein. Guter deutscher Häuslebauer. Nichts gegen Häuslebauer, aber... Ich möchte heute mit euch hineinschauen ins Alte Testament, in die Geschichte des Buches Exodus. Und gerade eben haben wir nochmal eine Videoszene gesehen von diesem Hollywood-Streifen. Hollywood kriegt das noch viel krachender hin, hier im Kino, als ich das so beschreiben könnte. Davon, dass das größte Ereignis des Alten Testamentes ist festgehalten, im zweiten Buch Mose, und zwar in dem Buch, das überschrieben ist, mit dem lateinischen Wort Exodus, Auszug des Volkes Israel, raus aus der Gefangenschaft in Ägypten, rein in eine neue Zukunft, in eine neue Verheißung. Durch die Wüste hindurch, aber auf dem Weg in das gelobte und das verheißene Land, von dem Gott vorausgesagt hat, da ist, wo Milch und Honig fließt, da ist, wo es euch gut gehen wird. Gott befreit sein Volk, führt es raus aus dem Sklaventum, rein in eine neue Freiheit. Das größte und wichtigste Dokument des Alten Testamentes tatsächlich ist dieses Buch Exodus. Denn Theologen, Juden und Christen meinen einheitlich zusammen, dass es das Volk Gottes tatsächlich erst zum Volk Gottes machte. Nämlich im Kern, dass Menschen, die gefangen waren, befreit wurden. Der große Befreiungsschlag des Altertums ist festgehalten im Buch Exodus. Heute möchte ich mit euch im Grunde genau in die Mitte des Buches reinschauen. Wir studieren ja im Jahr der Bibel jeden Monat ein Buch, so im nächsten Monat geht es schon wieder weiter mit dem nächsten Buch. So, ihr müsst schön schnell mitlesen zu Hause. Heute will ich reinschauen, genau in die Mitte dieses Buches Exodus und kurz mit euch über die 10 Gebote reden. Denn die 10 Gebote kommen aus dem Buch Exodus. Exodus Kapitel 20. Das Exodus-Buch hat genau 40 Kapitel und irgendjemand, wer auch immer das war, der das nummeriert hat, wissen wir nicht genau, die Kapiteleinteilung vorgenommen hat, hat gesagt, genau in die Mitte, da gehören die 10 Gebote rein. Quasi so als Kernstück, als Kernwahrheit, um das sich ganz viel herumsortiert. Und ich will euch heute nur eine kurze Erklärung geben, weil ich hatte in den letzten zwei Wochen eine Reihe von Gesprächen, auch bei unseren theologischen Abenden, Deep Talk-Abenden, ich hatte letztes Mal kurz etwas angerissen über die 10 Gebote und will heute noch eine Ecke tiefer gehen, einfach damit wir die auch richtig einordnen in das große Thema Freiheit und Befreiung des Buches Exodus. Die 10 Gebote beginnen mit folgenden Worten. Und Gott redete diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Gefangenschaft geführt habe. Und dann geht's los. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott spricht dann, als das Volk ausgezogen ist aus Ägypten und in der Wüste unterwegs ist, spricht er zu Mose und gibt Mose als den, den er berufen hat, den, den er eingesetzt hat, als Leiter, als Führer, um das Volk rauszuführen. Sprich Gott zu Mose und sagt folgende Worte. Ich, der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland herausgeführt hat. Und während Gott diese Worte spricht, kann ich mir vorstellen, wie bei Moses anfängt, im Grunde im Kopf das zu rattern, was sie drei Monate vorher erlebt haben. Denn es ist gerade mal drei Monate her, dass tatsächlich nach 400 Jahren des Sklaventums das Volk Israel schnell seine Sachen zusammengepackt hat. Wir wissen nicht genau, wie viele waren, aber es waren Tausende von Hebräern, die versklavt waren. Und sie packen ihre Sachen zusammen und dann findet dieser dramatische Auszug statt durch das Meer hindurch, wo Gott geteilt hat, sich erwiesen hat als der Schöpfergott, dem sogar Wind und Wellen gehorchen. Er hat das Meer geteilt und dann zieht das Volk Israel da raus, raus aus der Gefangenschaft, um in diesem Bild zu bleiben, rein in eine neue Zukunft. Und die zehn Gebote beginnen genau mit der Erinnerung an diese Geschichte. Und das ist ganz wichtig für uns, weil ich weiß nicht, wie ihr bisher die zehn Gebote gelesen habt. Ich weiß, manchmal sind die abgedruckten Schulheften oder im Religionsunterricht werden sie verteilt. Und die zehn Gebote hängen nicht irgendwo im Vakuum. Sie sind nicht reingesprochen in das Leere, sondern sie sind reingesprochen in den Kontext der Geschichte des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Und sie beginnen innerhalb dieser Geschichte. Und deswegen ist es so wichtig, was ich jetzt gleich sagen werde, denn es wird euch helfen, es wird uns helfen, sie auch ganz anders zu hören und zu verstehen. So hier der erste Punkt als Anmerkung zu den zehn Geboten. Erster Punkt, Gott stellt sich als Beziehungsgott vor. In den ersten Worten lesen wir, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Worauf lässt das schließen? Das lässt darauf schließen, dass das nicht einfach nur irgendeiner dieser Gottheiten ist, die in der Antike verehrt wurden, wo die Gotter irgendwo abwesend sind, da irgendwo oben im Himmel oder hinter den Himmeln irgendwo im Universum rumschwebend. Und ab und zu schmeißen sie mal was von oben runter. Die Götter müssen verrückt sein, schmeißen sogar Colaflaschen runter. Da passierte nicht einfach nur irgendwo etwas, sondern uns wird hier vorgestellt, ein Gott, der tatsächlich irgendwie, und das ist schon das Dramatische des Alten Testamentes, irgendwie eintreten will, obwohl er der Schöpfer des Universums ist, eintreten möchte in eine Beziehung zum Menschen. Er stellt sich nicht vor, ich bin der Gott und ihr müsst euch alle niederknien und mich anbeten und Kühe schlachten und Ziegen schlachten und irgendwelche komischen Tänzer aufführen, sondern ich bin dein Gott, der mit dir eine Beziehung haben will, der mit dir in einem Beziehungsverhältnis leben möchte. Ich bin dein Gott. Das ist ein personalisierter Gott. Nicht nur irgendeine fremde Gottheit. Und ich würde sagen, dass hier Gott sich schon vorstellt, eben als Beziehungsgott, und manchmal wird ja irgendwie ein Vergleich gezogen zwischen dem Gott des Alten Testamentes, auf der einen Seite, und dann irgendwie der Gott des Neuen Testamentes. Und ich kann euch sagen, wer immer da versucht, eine Diskrepanz zwischen dem Gott des Alten Testamentes und dem Gott des Neuen Testamentes aufzumachen, der hat das Alte Testament nicht richtig gelesen und nicht richtig verstanden. Denn im Kern schon, im Alten Testament schon, von Anfang an, sehen wir einen Gott, schon in der Schöpfungsgeschichte, sehen wir einen Gott, der sich auf die Suche macht nach dem Menschen. Mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm in Kontakt zu kommen. Es gibt keine Diskrepanz, aber es gibt Hürden, so würde ich es nennen, die uns manchmal nicht ganz erschlossen sind, um nachzuvollziehen, weil das so uralte Geschichten sind. Weil da manche Dinge uns geschildert werden im Alten Testament, wo wir erstmal hingehen, so mit unserer Brille und unseren Hollywood-Streifen im Hintergrund und denken, ach du meine Güte, was passiert denn hier eigentlich? Aber lasst mich euch das eindeutig und klar heute Mittag sagen, schon der Gott des Alten Testamentes ist es ein Gott, der zutiefst daran interessiert ist, am Einzelnen, am Menschen in eine Beziehung hineinzukommen. Und auch die zehn Gebote, losgelöst von dieser Beziehung, sind unglaublich schwierig zu verstehen. Können einen eher dazu bringen, dass man sich die Haare ausrauft oder dass man seine Kinder verhaut, als dass sie irgendwie vermitteln, das, wozu sie eigentlich im Ursprung intendiert waren. So der erste Gedanke, Gott stellt sich ein Beziehungsgott vor. Ich bin der Gott, ich bin dein Gott, ich bin der Herr, dein Gott, der mit dir in einer Beziehung stehen möchte. Der zweite Punkt, die Gebote sind eine Bestätigung der Kindschaft Gottes, nicht eine Voraussetzung der Kindschaft. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, über den wir kurz gemeinsam sprechen müssen. Denn da ist irgendwas so im Laufe der Kirchengeschichte und der christlichen Erziehung irgendwie schief gelaufen. Ich habe schon so viel darüber gehört, wo im Grunde manche ein Gottesbild mit sich rumtragen, wo es heißt, wenn du lieb und nett und anständig bist, dann mag Gott dich. Dann nimmt er dich an. Wenn du dich hältst an seine Gebote, ja, dann ist er irgendwie auf deiner Seite oder stellt sich auf deine Seite. Aber tatsächlich, schon hier aus der Geschichte des Buches Exodus heraus, würde ich argumentieren und sagen, dass die zehn Gebote eine Bestätigung der Beziehung mit Gott sind und nicht eine Voraussetzung. Das heißt, das Buch Exodus beginnt nicht, und deswegen war das eben so wichtig, was ich gesagt habe, dass es inmitten des Buches steht. Es steht nicht am Anfang des Buches, hier sind die zehn Gebote, jetzt haltet euch dran und wenn ihr euch dran haltet, dann befreie ich euch. Sondern das Buch Exodus beginnt damit, Volk Israel, ihr seid gefangen, ich habe euer Schrein gehört, ich habe eure Not gesehen, jetzt führe ich euch raus in die Freiheit. Damit beginnt das Buch Exodus. Die ersten 20 Kapitel sind die Geschichte davon, wie Gott sie, ohne dass sie etwas getan haben, ohne dass sie irgendwas geleistet haben, ohne dass sie gute Werke irgendwie vollbracht haben, sondern einfach nur, weil sie geglaubt und vertraut haben, Gott sie rausholt aus der Gefangenschaft. Sie einlädt mit ihm in eine Beziehung hineinzukommen, die Kindschaft Gottes irgendwie anzunehmen, zu erleben. Und dann, als eine Bestätigung dessen, was bereits passiert ist, gibt er ihnen Gebote. Versteht ihr, was ich versuche auszudrücken? Dass das ganz wichtig ist, dass bei Gottes immer, immer er der Ersthandelnde ist. Immer er derjenige ist, der zuerst auf den Menschen zugeht und ihm heraushilft. Und nicht der Gott, der sich oben in den Himmel reinsetzt und sagt, hör mal, pass mal auf, hier sind meine Gebote, jetzt halt dich dran und wenn ich dran helfe, dann helfe ich dir auch irgendwie. Sondern bereits hier in der Exodus-Geschichte lesen wir von einem gnädigen Gott, über alle Maßen gnädigen Gott, barmherzigen Gott, der ohne dass Menschen irgendwas getan, gemacht haben, was verdient haben. Das Volk Israel hatte gar nichts verdient. Die haben auch nichts Besonderes geleistet gehabt. Aber Gott hat sie geführt und das ist alles, was bis dato passiert ist. Er hat sie rausgerufen aus der Gefangenschaft und dann mit hineingenommen. Und dann kommen eben diese Gebote, dann kommen diese Gebotschaft als eine Bestätigung der Kindschaft Gottes. Wenn ich das mal übertrage auf unser Leben oder auf mein Leben, ihr wisst vielleicht, ich habe drei Söhne zu Hause. Jetzt als Papa und Mama bei uns zu Hause, als Eltern, gibt es auch ein paar Regeln, die wir aufstellen, um das Ganze irgendwie so ein bisschen zu sortieren zu Hause. Unsere Jungs sind elf, neun und sechs Jahre alt. Ihr könnt euch vorstellen, da gibt es einiges, was man sortieren muss. So. Jetzt warum können wir ihnen irgendwelche Gebote und Regeln geben, wie sie sich zu benehmen haben. Ganz einfach. Weil es sind unsere Kinder. Es wäre recht merkwürdig, wenn ich Regeln und Gebote aufstellen würde für Anderloids Kinder. Habe ich mal probiert. Hat nicht so gut funktioniert. Und ein Teil, weswegen manchmal die Mitarbeiter von Crossroads für Kids die Haare ausraufen, weil sie versuchen, Gebote und Regeln einzuführen für fremde Kinder und das funktioniert nicht so gut. so der Grund, warum ich meinen Kindern helfen kann, weil es sind meine Kinder. Deswegen kann ich ihnen helfen, ihr Leben zu organisieren, weil es sind meine Kinder. Und genauso ist das auch bei Gott und hier in der Geschichte des Volkes Israel im Buch Exodus. Warum gibt er die Gebote rein? Na ja, weil es ist seine Truppe. Es ist sein Volk. Er hat sie frei gemacht. Er hat sie eingeladen, mit ihm rauszukommen, raus aus der Gefangenschaft, rein in die Freiheit. Und deswegen gibt er ihnen die Gebote mit. So ganz wichtig. Sie sind nicht eine Voraussetzung der Kindschaft, sondern eine Bestätigung. Weil ich euch liebe, weil ich euch frei gemacht habe. Deswegen gebe ich euch die Gebote. Der dritte Punkt. Zielrichtung der Gebote. Die neu erlangte Freiheit soll bewahrt werden. Jetzt wird es wichtig. Der Grund, warum Gott uns Gebote gibt, ist nicht, weil er die braucht, sondern weil er uns helfen möchte. Weil er damals dem Volk Israel helfen wollte, die Freiheit, die sie bereits erlangt haben, nun auch weiterhin auszuleben. Und ach du meine Güte, habe ich da schon viel komische Sachen gehört über die Gebote, die Gott uns als Menschen gibt. als ob Gott das irgendwie bräuchte, dass wir uns hier benehmen. Als ob das ihn groß erschüttert. Die Gebote und die Ratschläge und die Weisungen, von denen wir lesen in der Bibel, sind dafür da, jetzt hört gut zu, damit wir unsere Freiheit leben können. Damit wir in Freiheit leben können. Damit wir unsere Freiheit ausleben können. Deswegen gibt Gott seinem Volk, als sie da noch unterwegs waren, damals gab es noch kein BGB und es gab kein STGB und es gab keine Jurisprudenz und das war ja alles noch nicht etabliert. Um dieses Volk, das ein Chaos-Haufen da im Grunde war, ihr dürft euch eine ganz bunte Schade von Menschen vorstellen, die als Nomaden durch die Wüste gezogen sind, um denen irgendwie zu helfen, jetzt klar zu kommen mit ihrer neu erlangten Freiheit, sagt er ihnen, pass mal auf, es hilft, wenn du nicht stielst. Es hilft, wenn nicht die Ehe gebrochen wird und einer mit dem anderen vom Nachbarn und so weiter ist nicht gut. Ich will euch helfen, in Freiheit zu leben und deswegen gebe ich euch Hilfestellung mit rein. Weil ich euer Beziehungsgott bin. Weil ich euch lieb habe. Weil ihr meine Kinder seid. Deswegen will ich euch helfen und ihr müsst euch nicht dran halten. Aber immer, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann werdet ihr unfrei. Das ist im Grunde der Grundtenor der Zehn Gebote. Du kannst gegen verstoßen und es kommt kein Blitz vom Himmel, wo man sich das manchmal wünscht. So für andere, nicht für sich selbst. Du brauchst dich nicht dran halten. Aber pass mal auf, Mensch, wenn du frei sein möchtest, weil ich habe dich frei gemacht, ich will, dass du frei lebst, dann gebe ich dir die mit und jetzt können wir uns drüber ärgern und uns drüber aufregen. Was habe ich schon in Diskussionen mit Leuten geführt, die sich drüber aufregen? Gott gibt sie als Freiheitsgebot, die Gebote der Freiheit. der Freiheit eines Christenmenschen, hat Luther gesagt. Und der Freiheit eines Christenmenschen. Gebote der Freiheit mit reingegeben. Vierter Punkt. Und das ist schon mein letzter Punkt. Ich gebe ja nur eine Einführung hier immer. Warum gibt Gott seine Gebote? Um die Sklavenmentalität abzulegen. Damit die Sklavenmentalität abgelegt wird. Ihr müsst euch mit reinversetzen. Hier war eine Generation von Sklaven unterwegs. Der Papa war Sklave. Der Opa war Sklave. Der Uropa war Sklave. Das hat etwas gemacht in dem Bewusstsein dieses Volkes, dass sie in ihrem Kopf eine Sklavenmentalität hatten. Die haben nicht gedacht, wie freie, selbstständig denkende Menschen, die Dinge gestalten können, die schöpferisch tätig sein können. Die haben gedacht, wie Ziegel auf Ziegel, Stein auf Stein, so wie die Ägypten uns das vorsortiert hat. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Pyramiden, die wurden nicht einfach gebaut, weil da ein paar gesagt haben, legen wir mal ein paar Steine aufeinander. Sondern das war Sklavenarbeit, die da passiert ist. Und da waren die Hebräer und die haben Steine auf Stein gesetzt und hatten Sklaventreiber, die mit Peitsche da standen. Und wenn einer nicht den richtigen Stein zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gesetzt hat, gab es Hieber auf den Rücken. Jetzt multipliziert das mal hoch mit 400 Jahren, wo Menschen das Tag ein, Tag aus erlebt haben. Was das gemacht hat mit ihrem Bewusstsein, mit ihrem Denken. Überlegt mal, was allein schon die Ereignisse aus unserem, oder aus dem letzten Jahrhundert uns als Deutsche mitgeprägt haben. Nur weil da in einigen Jahren Dinge so furchtbar schiefgelaufen sind in unserem Land, dass das im Grunde jetzt noch Generationen mit irgendwie auch beeinflusst werden, von dem, was 50, 60, 70 Jahre zuvor passiert ist. Jetzt stellt euch mal vor, für 400 Jahre waren hier Sklaven unterwegs. Und jetzt auf einmal sind sie frei und sind in der Wüste unterwegs und jetzt wünscht Gott sich, und das ist die Geschichte des Buches Exodus und das ist auch die Geschichte des Buches Leviticus. Wenn euch mal gewundert habt, was diese ganzen Sachen da im Alten Testament sollen, es sind die Ratschläge, es sind die Gebote, um zu helfen, endlich ein Volk zu werden, das frei ist. Und dass ihr an eine Freiheit im Kopf und im Herz und im Körper gewöhnt und endlich anfangen kann zu leben und zu existieren. Es gibt eine Geschichte, eine jüdische Geschichte von Ruven und Shimon. Ruven und Shimon, die sind Teil der Hebräer, die aus dem Schilfmeer aussehen. Stellt euch zwei Kerle vor, die zusammen mit den vielen anderen durch das Schilfmeer da durchlaufen und sie schauen auf den Boden, laufen Seite an Seite und der Boden ist voller Schlamm und Marc ist ja ein Fußbett, was eben noch voll Wasser war, jetzt ist es voll Schlamm und sie laufen und laufen und Ruven sagt zu Shimon, schau dir mal an, was für ein Schlamm hier auf dem Fußboden ist. Alles voller Schlamm und Shimon sagt, ja, das ist ja furchtbar, was das für ein Schlamm ist. Ja, sagt Ruven, das ist genau wie der Schlamm, mit dem wir in Ägypten, mit dem wir Ziegel gebrannt haben und dem wir dann auflegen mussten, da um die Pyramiden zu bauen. Ja, sagt Ruven, genau das Gleiche. Eigentlich gibt es keinen Unterschied zwischen der Freiheit, in die wir nun hineingeführt werden und dem, was wir als Sklaven jahrhundertelang in Ägypten erlebt haben. Es gibt keinen Unterschied. Und während sie dort im Grunde meckernd und stöhnt über den Schlamm an den Füßen darüber lamentieren und darüber reden, verpassen sie, was rechts und links neben ihnen passiert, dass Gott nämlich Wunder wirkt und die Wellen stehen bleiben und sie eigentlich auf dem Weg raus in die Freiheit waren. Aber genau diese Geschichte mit illustriert, wie im Grunde der Blick des Volkes Israel war noch nach unten gerichtet. In den Schlamm und in den Dreck, in die Versklavung. Und sie hatten noch keinen Blick, sie waren noch nicht geschult darin, aufrecht dazustehen, als Volk mit einer Identität, als Volk in Freiheit und zu marschieren und tatsächlich neue Augen für die Wunder Gottes rechts und links neben sich zu sehen. Und um diese Sklavenmentalität abzuschaffen, gibt Gott hier seine zehn Gebote mit rein. Und wie macht er das? Lasst mich nur eines dieser zehn Gebote, wir haben heute nicht Zeit, durch die ganzen Gebote durchzugehen. Lasst mich nur ein Gebot euch kurz zeigen. Denn es ist für mich im Grunde das Faszinierendste, was Gott da macht. Inmitten der Gebote das vierte Gebot. Das längste Gebot, was Gott gibt. Das vierte Gebot. Und es wird illustrieren, was ich gerade versuche zu erklären. Da sagt Gott, Gedenke des Sabbat-Tages. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruht am siebten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbat-Tage und heiligte ihn. Inmitten. Und jedes Mal, wenn ich dieses Sabbat-Gebot lese, muss ich im Grunde lächeln. Mitten in den zehn Geboten, in den Top Ten, die der Schöpfer des Universums mit hinein gibt, noch bevor er sagt, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht töten und du sollst nicht Ehe brechen. Noch bevor Gott die anderen ganz wichtigen Sachen sagt, sagt er, du sollst einen Tag die Woche die Füße hochlegen. Jemand hat mal gesagt, ein Gott, der sowas sagt, den muss man gern haben. Und ich würde sagen, genau so ist es. Und da das damals wahrscheinlich schon das Volk nicht richtig verstanden hat, weil sie so eine Sklavenmentalität hatten, weil für sie war Arbeit jeden Tag, Ziegel auf Siegel, Stein auf Stein, da gab es kein Wochenende. Wochenende ist so eine neumodische Geschichte, an die wir uns inzwischen gewöhnt haben, aber zur Zeit damals gab es nur in einer Agrargesellschaft im Nomadenvolk nur einen Tag gleich dem anderen. Und mit hinein, und das ist für mich so die Illustration, wie Gott im Grunde Mentalität verändern will und das Denken verändern will und wie er es nicht macht für sich selbst, sondern für uns Menschen ist, pass mal auf, mach mal frei. Leg mal die Füße hoch. Du sollst frei sein, du sollst nicht jeden Tag buckeln wie eine Maschine. Maschinentum als Maschine arbeiten, das war in Ägypten. Jetzt bist du auf dem Weg rein in die Freiheit und da muss man mal durchatmen. Da muss man mal einen Tag lang nichts tun, da muss man sich mal entspannen. Und das hat er gesagt zu einer Zeit, wo es noch keine Kühlschränke gab, wo im Grunde man aus der Hand in den Mund lebte und Gott sie schon in diesem Gebot einlud, ihm zu vertrauen. Das hat Vertrauen gebraucht, mal den Hammer liegen zu lassen oder mal nicht die Kuh zu melken. Er lädt sie ein, um sie neu zu programmieren, neu zu programmieren. Hör mal, ihr seid jetzt freie Menschen. Und als freie Menschen kann man auch mal einen Tag frei machen. Und deswegen gebe ich euch das mit rein. Ich liebe dieses Sabbatgebot. Als längstes Gebot, wahrscheinlich weil alle wussten, was ist das denn da drin, so muss er erklären und es ist nicht nur wie sie ist, sondern für alle. Er gibt das mit rein, um die Menschen neu zu programmieren. Neues Volk, seid frei, ihr sollt frei leben, ihr sollt frei machen, alles frei. Lasst mich schließen und euch ein Bild geben, was für mich im Grunde ein Parallelbild ist aus dem Neuen Testament zu dieser Geschichte des Buches Exodus. Und zwar gibt es eine Geschichte, von der uns berichtet wird im Johannes-Evangelium Kapitel 11, im Neuen Testament, eine Geschichte jetzt aus dem Neuen Testament. Davon, wie einer der Freunde von Jesus, und zwar mit einem Mann namens Lazarus, wie der stirbt. War schwer krank geworden und er stirbt und Maria und Martha waren die Schwestern von Lazarus und die sind ganz aufgebracht, denn ihr Bruder ist lange krank und dann auf einmal stirbt er. Was später in der Kirchengeschichte mit vielen Bildern im Grunde nachgezeichnet wurde. Und sie laufen zu Jesus, so wird uns berichtet, und erzählen ihm Jesus, der, den du lieb hast, der ist gestorben. Und wenn du da gewesen wärst, dann wäre er wahrscheinlich nicht gestorben, denn du bist ja so der Heilmacher. Aber hier Lazarus, den, den du lieb hast, der ist gestorben. Und dann gibt es eine kleine Diskussion, die ihr nachlesen könnt, in Johannes-Evangelium Kapitel 11 und dann kommt Jesus eben hin zu dieser Grabstätte. Sie hatten Lazarus eingepackt in eine Gruft und einen Stein davor gerollt und ihn weggeschlossen und schon vier Tage lag Lazarus dort als Toter. Und uns wird sogar berichtet, dass als Jesus sich dann hinstellt und im Grunde die Auferweckung des Lazarus durchführen will, wie im Grunde Maria protestiert, Johannes-Evangelium Kapitel 11 Vers 39, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit vier Tagen hier in der Gruft. Auch damals hatten sie keinen Kühlschrank im Neuen Testament, nicht irgendwie schön aufbewahrt, sondern der stinkt schon und Jesus stellt sich vor dieses Grab raus und ruft laut raus, Lazarus, Lazarus, komm her raus. Du, der du tot bist, komm her raus hinein ins Leben und das große Wunder schon der Auferstehung, der körperlichen Auferstehung, anders als später bei Jesus, aber schon hier eines Menschen, der wieder auferweckt wird zu seinem alten Leben bei Lazarus, ist er ruft ihn aus und Lazarus kommt heraus aus seiner Gruft. Er steht auf von den Toten und dann lesen wir aber in Vers 44 und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jetzt muss man wissen, dass damals schon Menschen im Grunde nicht einfach so weggelegt wurden, sondern sie eingewickelt wurden in Tüchern und so im Grunde vorbereitet wurden für ihr Begräbnis. und als Lazarus eben auferweckt wird von den Toten, kommt er raus aus der Gruft, aber er kommt nicht raus mit seinen normalen Klamotten, sondern er kommt raus mit den Stofffetzen um seinen Körper herum. So, er ist lebendig, aber er sieht noch nicht so ganz lebendig aus. Okay? Habt ihr das Bild vor Augen? Da ist einer, der war eben tot, der hat schon gestunken, der hat schon gemuffelt. Der kommt raus, der ist wieder lebendig, aber der sieht noch aus wie ein Toter. Okay? So, das ist für mich das Bild des Volkes Israel, als sie rauskommen aus Ägypten. Da hat Gott sie lebendig gemacht, rausgeführt aus der Gefangenschaft, aber die sehen noch aus wie Tote. Die sind noch wie eingewickelt. Habt ihr das Bild? Und dann sagt Jesus im Johannes-Evangelium das Erste, was er dann sagt zu der Menge drumherum. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Löst die Binden und lasst ihn gehen. Mit anderen Worten sagt Jesus, pass mal auf, jetzt müssen wir den, der eben noch tot war und der hier mit den Tüchern um sich herum gewickelt ist, wir müssen den freimachen, wir müssen das Zeug abnehmen, wir müssen den ordentlich einkleiden und wieder einen ordentlichen Menschen, einen ordentlichen Mann aus ihm machen und ihn dann gehen lassen. Ich glaube, dass das ist, was uns geschildert wird im Buch Exodus durch die Zehn Gebote. Da war ein Volk, die waren vormals gefangen, jetzt sind sie freigesetzt, aber sie haben noch nicht verstanden, wie man jetzt aufrecht, ordentlich angezogen, lebt und loszieht. Und wenn ich jetzt den Transfer mache hin zu uns, nochmal 2000 Jahre später, wir waren im Alten Testament, wir waren im Neuen Testament, jetzt mache ich den Schwenk zu uns am Ende dieses Gottesdienstes. Meine Feststellung von vielen Christen, von vielen Christen ist, dass sie so ähnlich rumlaufen wie das Volk Israel und zwar jammernd und stöhnend oder, um ein anderes Bild zu wenden, so rumlaufen, wie Lazarus, der gerade aus der Gruft rausmarschiert ist, nämlich noch mit dem Anschein des Todes. Aber die gute Nachricht schon des Alten Testamentes, aber auch des Neuen Testamentes ist, dass Gott uns nicht nur einmal frei machen will, sondern uns als Menschen helfen möchte, dass wir wirklich frei sind und dass wir diese Freiheit leben und erleben können. Und deswegen gehört kein Gejammer rein in eine Kirche und in eine Glaubensgemeinschaft. Und deswegen, selbst wenn Ruven und Schimo miteinander da rumstehen, muss einer auftauchen und sagen, pass mal auf, du bist ein freier Mensch. Hör auf rum zu jammern. Du bist freigesetzt worden. Lerne, was es heißt, nun endlich durchzuatmen und in Beziehung zu leben, in Beziehung zu dem himmlischen Vater zu leben, aber auch in einer guten, heilsamen Beziehung zu Menschen um dich herum zu leben. Und das ist mein Gebet zum Ende dieses Gottesdienstes, dieser Predigt und auch während wir hier dieses Buch Exodus noch miteinander studieren, dass wir wirklich verstehen und uns darauf einlassen, dass wir einen Gott haben, der uns freimachen will, der uns nicht nur einfach erwecken will im Bild des Neuen Testaments vom Toten zum Leben, sondern der uns jetzt auch beibringen will, als neue Menschen mit einer neuen Identität frei und aufrechtig zu leben. Deswegen lasst mich schließen mit dem Zitat aus Galater, Kapitel 5, Vers 1, da schreibt der Apostel Paulus, zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit, so steht nun fest und aufrecht da und lasst euch nicht wieder einsperren mit einem blöden Gejammer und einer Sklavenmentalität, sondern lernt, was es heißt, frei zu sein, denn dafür gebe ich euch meine guten Ratschläge mit. Lasst mich schließen mit einem Gebet für uns. Lieber Gott, ich möchte dir danken für diese packenden Geschichten aus dem Alten Testament, wie du Menschen befreit hast. Dass wir das nachlesen können, dass Menschen das tatsächlich körperlich, leiblich erfahren haben, dass du der Gott bist, der sie rausführt aus der Gefangenschaft. Und wenn hier heute Menschen sitzen, die sich gefangen, gebunden, verängstigt, versklavt fühlen, sei es körperlich oder mental, oder im Herzen, dann bete ich darum, dass sie dich kennenlernen, Herr Jesus Christus, als den Gott, der frei macht. Du bist gekommen, um Menschen frei zu machen, zum Durchatmen zu bringen, dass wir durchatmen können. Und für diejenigen unter uns, Herr, die im Grunde das schon erlebt haben, aber die noch neu programmiert werden müssen, neu eingestimmt werden müssen, dann möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, zu lernen, was es heißt, als freie Menschen zu leben. Und dass niemand und nichts, keine Kirche, keine Obrigkeit, kein Papst, keine Gemeinde, keine falschen Vorstellungen unseres Gottesbildes, uns gefangen nehmen dürfen und wieder zurückführen dürfen zu einer anderen Mentalität, als die, die du schenkst in Jesus Christus. Lass uns eine Kirche, lass uns eine Glaubensgemeinschaft, lass uns eine Community sein von Menschen, die sich gegenseitig anspornen zur Freiheit und gegenseitig helfen, dass wir frei werden, frei werden zu lieben, frei werden zu dienen, dir und Menschen. Amen.